Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man beim Samsung Galaxy A14 die SIM-Karte einsetzen kann. Funktioniert der im Übrigen auch, wenn ihr das A14 5G habt. Selbe Show. Okay, wir brauchen neben dem Handy den sogenannten Pin und der ist Teil der Box. Hier war vorher das Handy drin und hier in der Kameraaussparung findet ihr den Pin. Einfach die Flügel hier ein bisschen zusammendrücken und dann ist er befreit. Alternativ kann man natürlich auch immer die Spitze der guten alten Büroklammer benutzen. So, und wenn ihr das Telefon jetzt so habt, findet ihr auf der Seite des Telefons den SIM-Kartenhalter. Und ein Teil des SIM-Kartenhalters ist ein kleines Loch. Und jetzt kommt die Spitze des Pins bzw. der Büroklammer ins Spiel. Die stecken wir nämlich in dieses Loch, drücken ein bisschen und der SIM-Kartenhalter kommt zum Vorschein. Ja, bei diesem SIM-Kartenhalter hat man die Möglichkeit zwei SIM-Karten einzusetzen, wenn man dann möchte. Und zusätzlich noch eine Mikro-SD-Karte. Okay, wir fangen mal mit der ersten SIM-Karte an. Die kommt hier ganz nach vorne. So, und bei der SIM-Karte gibt es immer eine fehlende Ecke. Und am SIM-Kartenhalter passt es auch nur so. Also hier fehlende Ecke auf fehlende Ecke. Und die Kontakte, die sind ganz unten. Okay, wenn ihr denn möchtet, könntet ihr jetzt auch eine zweite SIM-Karte einsetzen. Die zweite SIM-Karte würde dann hier in die Mitte kommen. So, auch hier wieder fehlende Ecke zu fehlender Ecke. Selbes Prinzip. Und auch hier sind die Kontakte ganz unten. Okay. Optional kann man noch den Speicher erweitern. Das macht man mit einer sogenannten Mikro-SD-Karte. Für die ist der Platz ganz hinten reserviert. So, schön vorsichtig, dass hier nichts rausspringt. So, da gibt es auch so ein kleines Klick-Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könntet. So sollte das dann aussehen. Natürlich könnt ihr auch die Mikro-SD-Karte mit nur einer SIM-Karte benutzen. Geht auch. Egal ob zwei oder eine. Und die Kontakte sind auch hier ganz unten. Okay. Wenn ihr dann fertig seid mit eurem Konstrukt. Schubst das zurück hier. Und schön zumachen. Und ja, das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen oder gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine riesige Unterstützung. Und ja, ich habe noch ein paar andere Videos gemacht mit ein paar Tipps und Tricks und so weiter. Und dann sofort könnt ihr gerne mal gucken. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.